Ich kann dir nicht ernst nehmen, ich weiß auch nicht warum. Ich muss selber arbeiten. Jetzt halt, pst! Darf man als Bestattungsfachkraft sehr geprobe liegen? Darf man nicht, aber das hat schon jeder gemacht, glaube ich. Wie das so ist, beängstigend. Hart. Hart, also ich finde es jetzt nicht toll. Nein, das muss man auch nicht haben. Muss man nicht haben. Was ist das Schönste am Beruf der Bestattungsfachkraft? Ich finde einfach, dass man die Menschen in der schweren Zeit helfen kann. Meistens auch die Wünsche erfüllen kann. Der Kontakt mit Menschen, finde ich schön. Man macht die Leute wieder aufs normale Leben zurück, zum helfen. Das ist das Schönste eigentlich. Und was mir persönlich ganz gut gefällt ist, dass man einfach in gewissen Aufgaben sein eigener Herr ist. Man kann sich selber jetzt aussuchen, wie gestalte ich irgendetwas, wie gestalte ich eine Trauerfeier, mit welchen Tüchern, welche Farben arbeite ich. Du kannst halt sehr kreativ sein. Kann man als Bestattungsfachkraft auch lebende schminken? Also ich habe es mal probiert bei einer besten Freundin, das hat nicht so gut ausgeschaut. Das sind zwei, hey, verarscht schon mal. Können Bestattungsfachkräfte Menschen glücklich machen? Ja, mit unserer Arbeit. Also wenn wir unsere Arbeit gut machen, dann machen wir die Angehörigen auch glücklich. Meistens. Ja, man macht Menschen definitiv glücklich. Warum wird man Bestattungsfachkraft? Warum bist du es geworden? Ich bin es geworden, weil ich aus verschiedenen Situationen Erfahrung gesammelt habe. Zum Beispiel, wo mein Opa letztes Jahr gestorben ist, habe ich die Beerdigung mitgeführt und habe Step-for-Step das alles so mitgekriegt. Und das hat mich total interessiert. Und seitdem kann ich mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Es ist sehr vielfältig, der Beruf. Und es macht mich heute aus. Alles, was in dem Beruf drin ist, mache ich gern. Ich lese mich auch. Fast die identische Geschichte, ja. Wie kann man sich weiterbilden als Bestattungsfachkraft? Man kann sich weiterbilden aus Maskenbildner. Man nimmt quasi, jeder kennt das von Kindergeburtstagen, wenn man sich Gips ins Gesicht klatscht und dann die Maske quasi wieder runter nimmt. Das kann man dann aus Rekonstruiert, das ist quasi der Thanatopraktiker. Wenn jetzt irgendwie große Verkehrsanfälle sind, wo das Gesicht entstellt wäre, dann kann man das mit gewissen Materialen wie Wachs zum Beispiel oder Watte und verschiedenen Nahttechniken wieder auf Vordermann bringen. Das sind so die Fortbildungen. Darf man als Bestattungsfachkraft Angst im Dunkeln haben? Puh. Also, das habe ich früher gehabt, wenn ich nicht im Frühlauf gelaufen bin. Aber jetzt ist das ja mein Arbeitsplatz. Also ich habe da wenig Angst. Ich weiß nicht, warum da Angst und so. Also nein. Das hört man nicht. Nein. Du musst halt auch abends auch arbeiten. Und da ist halt dunkel. Also, was ist das, Johann?